Meine Damen und Herren, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Meine Klasse, 5,4 Tonnen und auch da haben sie noch aus, denn es ist kein Geringerer wie Peter Daniels aus Anhold, mehrfacher Deutscher Meister, Vize-Europameister mit dem neuen Haki 9V12, aufgeladen mit Turbo-Ladern zu ca. 1500 Wettkampf PS. Und wird er, Muselskomet, noch den ersten Platz steigig machen? Ja, warten wir es ab. Entscheidung, letzter Start hier und heute in Oldendorf, im Dorf der verringten Rekorde. Und dann die Sieger hier rum. Und dann, am nächsten Wochenende geht der ins Dorf. Haki, Peter Daniels, 5,9. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Er packt's nicht. Peter Daniels aus Anhold und der Busel hat's geschafft. Einigen Applaus für ihn.